Was machst du damit? Du kriegst es zurück. Kann ich das haben? Das da hab ich ja schon versaut. Keine Sorge, ich klau's nicht. Was macht er jetzt damit? Der haut doch ab. Was macht er? Das Bord hängt da einfach so. Das müsste doch runterfallen. Wie bleibt das da oben? Ich leg noch einen drauf. Oh, mein Gott. Steigt er aufs Fahrrad? Ich leg noch mal dabei. Das Bord hängt da einfach so. 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 Mani.